Meine sehr geehrten Damen und Herren, soziales Netzwerken. Ich möchte mich mit Ihnen über das Thema soziales Netzwerken unterhalten, weil es eine der Möglichkeiten ist, Herausforderungen, denen wir im Leben sozusagen tagtäglich begegnen, auch besser entgegnen zu können. Was ist denn die Idee des sozialen Netzwerkes? Des sozialen Netzwerkes, und das soll auch ein bisschen das Ergebnis aus unserem heutigen Gespräch sein, soll Ihnen helfen, vielleicht sogar eine eigene persönliche Netzwerkkarte zu erstellen, die Ihnen bei der Wohnungssuche, bei der Jobsuche oder auch bei der Unterstützung, die Sie Dritten gewähren wollen, Hilfestellung geben könnte. Daher, wenn Sie erlauben, vielleicht eine ganz kurze Befassung mit dem Begriff sozialer Netzwerke. Ich habe selber eine Masterthesis in einem finnischen Masterprogramm zum Thema wirtschaftliches Netzwerken geschrieben, habe mich mit sozialen Netzwerken schon auseinandergesetzt, wie es dieses Wort noch nicht in dieser Bedeutung gegeben hat wie heute. Also ich begonnen habe, hier auch ein bisschen eine wissenschaftliche Arbeit zu schreiben. Da hat der Professor zu mir gesagt, soziales Netzwerken, wozu soll das gut sein? Oder das gibt es ja doch gar nicht, das ist ja nichts anderes als Beziehungsarbeit oder Lobbyismus. Oder möchtest du bei den sozialen Netzwerken vielleicht, weiß ich nicht, den CV untersuchen oder den Zigarrenklub? Geht es dir darum, irgendwelche Geheimgesellschaften aufzuzeigen? Oder was soll das Ganze? Nun, wir wollen im Bereich des Nachdenkens, des Gemeinsamen, über soziale Netzwerke jetzt nicht darüber diskutieren, wie soziale Netzwerke beispielsweise die demokratische Struktur unserer europäischen liberalen Demokratie erschüttern sollten oder wie kleine Gruppen die Herrschaft über den Staat übernehmen sollten. Wobei das schon ein interessantes Phänomen ist, wenn man sich mit sozialen Netzwerken beschäftigt, nämlich wie gelingt es denn einer kleinen, verschworenen Gemeinschaft, zum Beispiel eine Partei zu kapern und dann Regierungspositionen zu besetzen? Oder wie gelingt es einem kleinen Aktiv, eine größere Struktur, die eigentlich gegenteilig ausgerichtet ist, zu überwinden? Soziale Netzwerke haben stabilisierende Faktoren, können aber genau das Gegenteil auch erreichen. Oder es gibt Überlegungen, dass man sich anschaut, wie können soziale Netzwerke, die ja sich an bestimmten Knoten festmachen, es gibt hier Schlüsselknoten in sozialen Netzwerken, wie kann man zum Beispiel so ein soziales Netzwerk dann auch bekämpfen? Oder wenn Sie soziale Netzwerke vielleicht auch in die kriminelle Welt hineinknüpfen wollen oder entwirren wollen, dann ist es auch gut, sich mit der Funktionsweise sozialer Netzwerke zu beschäftigen. Aber bei uns geht es heute gar nicht um das soziale Netzwerk aus der politikwissenschaftlichen Sicht. Wie könnte man hier demokratiepolitische Bedenken formulieren? Oder, und die Frage ist nicht ein soziales Netzwerk, alles was irgendwie miteinander verknüpft ist, ein bisschen auch der Vorwurf, dass beim Netzwerk eine Art ubiquitäres Vokabel erfunden wurde, um alles zu beschreiben, was irgendwie mit Kommunikation verbunden ist, oder die sozialen Medien, die man als soziale Netzwerke abbildet, nein, das ist nicht gemeint. Für mich ist auch ein soziales Netzwerk keinesfalls ein soziales Medium. Also wenn Sie heute sagen, Sie wollen Facebook oder LinkedIn oder Xing oder Instagram als soziales Netzwerk bezeichnen, dann ist das genau nicht der Fall. Diese Möglichkeiten sind die Plattform. Also Sie können Facebook oder Twitter oder solche Dinge nützen, um soziale Netzwerke zu knüpfen und Ihnen eine Bühne zu bieten. Aber Facebook an sich ist kein soziales Netzwerk. Also wir werden uns darüber heute noch ein bisschen unterhalten können, auch wie Sie eben, das habe ich am Anfang gemeint, mit der persönlichen Netzwerkkarte, Sie Ihre eigenen persönlichen Netzwerke abbilden können, um sie nutzbar und dienlich zu machen. Also was ist jetzt eigentlich ein soziales Netzwerk? Ich persönlich bin der Meinung, dass ein soziales Netzwerk eine unbestimmte Zahl von Personen umfasst. Das wären dann die intrapersonalen Netzwerke. Es gibt ja auch intraorganisationale Netzwerke, wo die einzelnen Netzwerkpartner nicht Personen sind, sondern Organisationen. Also ich spreche jetzt heute, wenn Sie das erlauben, eher um den Zusammenschluss von Personen. Also eine unbestimmte Personenzahl, die ein gewisses Ziel verfolgen. Also irgendwo eine Gemeinschaftlichkeit haben und, und das ist wichtig, auch durch einen bestimmten Interaktion- und Kommunikationsprozess zusammengehalten werden können. Es kann niemand Teil Ihres sozialen Netzwerkes sein, mit dem Sie nicht kommunizieren können. Deswegen ist es eben auch so wichtig, dass wir soziale Medien wie zum Beispiel Facebook oder LinkedIn nutzen können, um diesen Kommunikationszusammenhang aufrechtzuerhalten. Sozusagen die Basis dafür bieten, ein soziales Netzwerk vielleicht auch grenzüberschreitend zu bilden. Ich meine, Sie kennen vielleicht diese Bücher von Dan Brown, wo dann irgendwelche Netzwerke die Welt beherrschen. Oder wir wissen, dass immer wieder am Stammtisch auch darüber diskutiert wird, das weiß ich nicht, Bildenberger oder die Ostküste die ganze Welt beherrschen. Auch das hier ist kein Raum für Verschwörungsmythen, sondern einfach ganz direkt gesagt eine Möglichkeit, Ihre eigene Position zu verbessern. Was ist denn die spannende grundsätzliche Überlegung dahinter, Ihre eigene persönliche Netzwerkkarte zu bauen? Milgram sagt Ihnen vielleicht etwas. Milgram, ein Psychologe, er ist, ich glaube, Mitte der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts verstorben. Er hat oder ist sehr bekannt für sein Milgram-Experiment, das er 1961 gemacht hat, wo ganz durchschnittliche Personen in eine Versuchssituation gebracht wurden, wo Autoritäten diesen durchschnittlichen Personen Aufträge erteilt haben, Menschen auch zu bestrafen, was gegen die eigene Überzeugung der Versuchspersönlichkeit gewesen ist. Also, Sie kennen die Versuchsanordnung vielleicht. Jemand im weißen Mantel gibt einen Auftrag, dem musst du was beibringen. Wenn er es nicht kapiert, kannst du ihn mit Elektrostößen bestrafen. Das hat dazu geführt, als Nachweis, dass man selbst gegen die eigene moralische Überzeugung einer Autoritätsperson Folge leistet und sogar so weit geht, manchmal jemanden zu töten. Das war natürlich eine Versuchsanordnung mit Schauspielern. Aber das Milgram-Experiment hat ihn sehr berühmt gemacht, also 1961, glaube ich, war das. Es hat sich dann so auch nicht mehr wiederholen lassen. Aber Milgram ist dafür bekannt, dass er sehr, sehr viele Experimente gemacht hat, was mich immer wieder fasziniert hat, weil er als Psychologe mit seinen Studenten auf die Straße gegangen ist, um einfach Feldforschung zu machen. Und es waren so Beispiele, die mich auch fasziniert haben. Er geht mit einer Gruppe von Studenten auf die Straße und sagt, bitte schaut einfach auf ein Fenster. Und da hat die Studenten auf das Fenster geschaut. Und dann hat man festgestellt, wie viele Leute bleiben stehen und schauen auch auf das Fenster, wo sich überhaupt nichts rührt. Wie lange dauert das, bis die Menschen dann drauf kommen, da rührt sich ja gar nichts. Oder wer bleibt stehen, um mit den Studenten auf das Fenster zu schauen. Wenn die Gruppe sehr groß ist, dann bleibt niemand mehr stehen, weil ich bin ja nicht der 50. der vor Fenster schaut. Aber ich möchte jetzt hier nicht zu sehr darüber plaudern und das Thema soziales Netzwerk aus den Augen verlieren. Dieser Milgram hat ein Small-World-Experiment gestartet und hat diese Idee der Six-Hands-Theory, die es schon gab, auch in der Praxis noch einmal getestet. Das ist nämlich für mich die grundsätzliche Überlegung, warum wir uns mit sozialen Netzwerken beschäftigen sollten. Five-Hands- oder Six-Hands-Theory heißt, jeder ist mit jedem irgendwie verbunden. Es dauert oft nur fünf oder sechs Händedrücke und sie kennen den Präsidenten der Vereinigten Staaten. Also sie kennen wen, der wen kennt, der wen kennt, der wen kennt, der wen kennt, der den Präsidenten der Vereinigten Staaten kennt. Und das ist eigentlich eine ganz interessante Theorie. Ich habe das für mich selber mal überlegt, ist das wirklich so, könnte ich mit sechs Schritten oder fünf Zwischenschritten dem Putin eine Botschaft übergeben? Und ich habe mir dann überlegt, ich kenne jemanden, der als ein Unternehmer jemanden kennt in der Politik, einen österreichischen Bundeskanzler, der durchaus, wenn er ein Treffen mit Putin hat, ihm einen Brief übergeben könnte, wenn er denn bereit wäre, das zu tun. Und da war ich dann auf vier Händedrücken. Oder die Frage, kennen Sie zum Beispiel einen Landesrat, um mit dem ins Gespräch zu kommen? Und dann kommen Sie drauf, Sie kennen jemanden bei der Freiwilligen Feuerwehr, der kennt wiederum einen Landtagsabgeordneten, der den Landesrat kennt und schon ist man dort. Das heißt, man kann hier schon eigentlich dieser Theorie etwas abgewinnen, dass man eigentlich nicht mehr als vier, fünf Personen, die zwischen einem stehen, mit jedem auf der ganzen Welt verbunden ist. Und wenn das so ist, und wenn es so ist, dass Beziehungen das Leben erleichtern, warum nutzen wir es dann nicht? Also das ist der Ausgangspunkt der sozialen Netzwerke. Vielleicht noch ein paar theoretische Grundlagen davor. Warum gibt es denn eigentlich soziale Netzwerke? Menschen sind soziale Wesen, das heißt, wir arbeiten mit anderen Menschen zusammen. Wir werden, wir haben das an anderer Stelle schon mal ausgeführt, in eine Familie hineingeboren. Wir werden in einen Ort hineingeboren, wo es dann einfach auch Beziehungen gibt. Man kennt sich in den Ortschaften, man geht ja gemeinsam auch in den Kirchen, in Kulturvereinen, in Kulturinitiativen. Man kennt sich, man geht gemeinsam einkaufen. Das heißt, das ganze Leben spielt sich in Beziehungen ab. Aber wenn wir jetzt daran denken sollten, diese Beziehungen auch zu nutzen, dann ist das, was sozusagen Endprodukt der heutigen Diskussion sein könnte, so eine soziale Netzwerkkarte. Netzwerke haben sich gebildet, oft aus dem Versagen der staatlichen Institutionen heraus. Also wenn wir sagen, wir haben eine alternde Bevölkerung, die Eltern von uns brauchen Pflege, wir kriegen aber keinen Pflegeplatz in einer Einrichtung, dann müssen wir das vielleicht selber organisieren und dann gibt es ein Netzwerk der Pflege, wo eben dann Damen, vorzugsweise Damen oder Frauen, aus dem Osten hereingeholt werden, um dann unsere Eltern zu pflegen. Netzwerk Pflege. Oder man sieht, es gibt eine weitere Schwächung des gleichsam ermattenden Staates, er hat nicht mehr die finanziellen Möglichkeiten. Gewisse Initiativen bilden sich heraus, weil man ein Kulturdenkmal retten, einen Kindergarten errichten, weiß ich nicht, ein Kraftwerk verhindern will. Also diese Idee, dass man sich zusammenschließt, um ein gemeinsames Thema zu vertreten, ist eben eine der Elemente, die ich für die Gründung eines sozialen Netzwerkes essentiell finde. Also eine unbestimmte Anzahl von Personen, die einem gemeinsamen Thema folgend durch irgendeinen Kommunikationszusammenhang interagieren kann. Wenn jetzt der Staat manche Aufgaben nicht mehr erfüllen kann und sich hier Initiativen bilden, soziale Netzwerke herausbilden, dann ist das die Frage, wie die beispielsweise untersucht werden. Da gibt es immer zwei Ansätze, die Stabilität einer Organisation und die Resilienz einer Organisation. Wie stabil ist eine Einrichtung? Das heißt, wie stabil kann ich Irritationen, Krisen überstehen? Und die Resilienz ist die Fähigkeit, dass der Krise nicht nur widerstanden wird, sondern dass man vielleicht mit einer Strukturänderung darauf reagiert. Das heißt, eine Organisation wird irritiert und kann mit einer Strukturänderung darauf reagierend eine neue Stabilität erreichen. Stability und Resilienz. Stellen Sie sich ein Beispiel vor, es gibt einen wunderbaren schönen Teich. Hier gibt es also Frösche und Fische und alles ist super. Und plötzlich wird Öl in diesen Teich hineingeschüttet. Das heißt, das ganze ökologische System ist absolut irritiert. Öl ist ja, wissen Sie, eine Katastrophe. Die Fische können nicht mehr atmen. Das heißt, dieses System ist geschockt. Und jetzt ist die Frage, wie resilient ist das System? Kann ich einen neuen Zustand erreichen, dass das ökologische System überleben? Wie elastisch reagiert das System? Oder habe ich den Teich damit getötet, das Leben absterben lassen? Also diese Frage einer Strukturänderung. Wie schnell reagiert ein System auf eine Irritation, vielleicht sogar auf einen möglicherweise tödlichen Angriff? Wie resilient, wie elastisch bin ich? Und das sind für mich so die Grundansätze, wie sich soziale Netzwerke bilden. Weil soziale Netzwerke uns auch helfen, resilient oder elastisch auf Irritationen zu reagieren. Und wenn Sie sagen, Stieger, blupper, nicht zu viel am Anfang, komm endlich zum Thema. Ich will jetzt wissen, wie eine soziale Netzwerkkarte ausschaut und warum ich sie für mich zeichne. Und wie ich sie für mich nützen kann. Dann möchte ich Ihnen hier Recht geben und sagen, fange ich damit an. Eine soziale Netzwerkkarte ist auch immer vielleicht daran geknüpft, dass Sie ein bestimmtes Problem lösen wollen. Denken Sie einmal selber, Sie suchen einen Job für Ihre Tochter, eine Wohnung für sich selbst. Was machen Sie dann? Sie könnten Inserate durchlesen. Sie können sagen, schau mal in der Zeitung oder auf Willhaben, welche Wohnung ist frei oder wo wird es Jobangebote geben. In den Wochenzeitungen, Stellenanzeigen anschauen. Das ist die eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist die, die in Österreich sehr gerne gemacht wird. Ich kenne wen, den ich fragen kann, ob es eine Wohnung oder einen Job gibt. Oder ich kenne wen, der wen kennt, der jemanden kennt, der eine Wohnung oder einen Job hat. Und dann sind wir genau in diesem Small-World-Phänomen, in diesem Thema Fünf-Hände bis zur Problemlösung. Und wenn das so ist, dass wir jemandem einen Job verschaffen oder auch eine Wohnung vermieten können, weil wir jemanden kennen, dann ist es doch günstig, wenn Sie eine Art Netzwerkkarte erstellen, wo Sie sich überlegen, wer ist es denn, der Ihnen hilft und warum hilft Ihnen jemand? Ich meine, es gibt für mich einen ganz guten Satz, der ist dein Freund, der selbst hinter deinem Rücken Positives über dich erzählt. Also wenn Sie jemanden haben, der nicht nur Gutes über Sie erzählt, wenn Sie dabei sind, sondern auch wenn Sie nicht dabei sind, für Sie einspringt, zu Ihnen hält, dann ist das doch eigentlich ein interessanter Kontakt, den man möglicherweise auch nützen kann. Das ist etwas, wo man aufgrund der Beziehungsebene vielleicht eine soziale Netzwerkkarte erstellen kann. Und das Zweite ist natürlich, dass soziale Netzwerke auch von dem Thema Reziprozität leben. Was heißt Reziprozität? Gibst du mir, gebe ich dir. Eine Austauschbeziehung. Jetzt möchte ich Sie theoretisch gar nicht damit quälen, dass es unterschiedliche Reziprozitäten gibt. Eine, weiß ich nicht, Generationenreziprozität. Also die Eltern kümmern sich um das Baby liebevoll, ziehen es auf, bilden es aus, damit sie dann, wenn sie alt sind, von dem Kind auch entsprechend gepflegt werden. Aber Sie wissen selber, er erzieht eine Mutter fünf Kinder, als fünf Kinder die Mutter dann, wenn sie alt ist, unterstützen. Also irgendwo ist schon die Frage, dieses Ich gebe dir, du gibst mir Austauschbeziehung. Ja, Reziprozität ist in Ordnung. Ich würde ein bisschen schon auf den Beziehungsaspekt auch setzen wollen. Also überlegen Sie mal, Sie haben wirklich ein Problem. Sie wollen, dass Ihre Tochter einen entsprechenden Job bekommt. Wen könnten Sie fragen? Oder Sie suchen wirklich an anderer Stelle Hilfe. Wen könnten Sie fragen? Und wenn Sie jetzt einfach unbestimmt nachdenken, wen könnte ich fragen, wen könnte ich fragen, wen könnte ich fragen, ist das noch nicht wirklich professionell. Und hier kommt das, was wir als persönliche Netzwerkkarte ansprechen, ins Spiel. Eine persönliche Netzwerkkarte sollte Ihnen helfen, einfach einmal zusammenzustellen, wen kennen Sie. Also überlegen Sie mal, legen Sie sozusagen vier Felder an. Wer sind Ihre Freunde und Ihre Bekannten? Also wer ist in der Lage, über Sie positiv zu reden, selbst wenn Sie nicht dabei sind? Wer ist wirklich ein Freund? Welche familiären Beziehungen haben Sie? Wen kennen Sie aus dem Bereich der Schule und des Berufes? Und welche anderen professionellen Beziehungen haben Sie? Und dann können Sie daran gehen, sich einmal zu überlegen, wer sind jetzt Ihre Freunde? Wenn Sie sagen, naja, so wirkliche Freunde hat man vielleicht drei, vier. Das ist, wenn jemand 1200 Facebook-Freunde hat, sind das ja nicht echte Freunde. Sondern wen könnte ich wirklich, wenn es mir schlecht geht, auch um Hilfe fragen? Da gibt es ja auch immer diesen Punkt, wen würde ich um ein persönliches Darlehen bitten? Das ist dann schon sehr schwierig. Schauen wir mal an, wem im Bereich der Familie, das geht natürlich über Ihre Geschwister, Ihre Eltern, Ihre Kinder hinaus, Gibt es nicht irgendeinen Cousin, den Sie vielleicht kennen, der bei einer Bank arbeitet oder bei einer Zeitung, der hier vielleicht eine ganz interessante Hilfestellung geben könnte? Wie schaut das aus mit Schule und Beruf? Sie waren mit dem und dem in der Schule, da hatten Sie eine gute Beziehung. Wie ist das mit Ihrer beruflichen Verbindung? Also ich war selber beim Bundesheer, wir haben eine wunderbare Zeit verbracht. Ich habe viele später dann Milizoffizierskameraden, die mich nach 30, 40 Jahren noch sehr freundschaftlich verbunden sind. Und wo ich weiß, wenn ich dort anrufe, der macht das. Oder ich weiß auch, wenn er mich anruft, ich mache das. Dieses Buddysystem, nicht? Also es gibt schon Freunde, die man, wenn man gemeinsam, weiß ich nicht, im Schützengraben übertrieben ausgedrückt gelegen hat, wenn Sie die gemeinsamen Kaltverpflegungen verspeist haben oder aus dem gemeinsamen Kulaschtopf gegessen haben. Oder wie man so schön sagt, ein Topf verbindet. Gibt es irgendwas? Gibt es irgendwelche Freunde, die Sie hier ansprechen können? Ich weiß schon, dass das auch bei Strukturvertrieben gemacht wird. Wenn Sie anfangen sollen, irgendwelche Versicherungen zu verkaufen, dann heißt es auch, überleg mal, welche Freunde und Bekannten du anrufen kannst und sagen kannst, weil wir befreundet sind. Du kannst dich sicher noch erinnern, Andreas, du kannst dich noch, alter Freund, erinnern. Ich gebe dir jetzt eine Chance, ich gebe dir jetzt ein kleines Danke zurück, ein besonders gutes Investment. Das meine ich nicht, sondern ich meine wirklich, wen können Sie um Hilfe fragen? Jetzt könnten Sie sich noch überlegen, okay, habe ich schon einmal jemandem geholfen? So ungefähr, bist du mir noch was schuldig? Das gibt es immer nur in den Kriminalfilmen, dass man dann noch zu einem hingeht und sagt, du musst mir jetzt die Waffe liefern oder den Reisepass oder was immer, oder den Plan bekannt geben. Und der sagt, das kann ich nicht. Und dann sagt man, ja, aber du bist mir noch was schuldig. Und der sagt, ja, aber das war das letzte Mal, dieses Gegengeschäft. Natürlich ist immer ein kleiner, wacher Kern dahinter. Also überlegen wir mal, wen wir im Bereich der Familie kennen, wenn wir im Bereich unserer Freunde kennen, wenn wir im Bereich, wenn wir das auf unserem Skriptum auch anschauen, aus Schule und Beruf kennen und wo es professionelle Beziehungen gibt. Bei diesen professionellen Beziehungen, die werden ja auch oft gepflogen, dass man sagt, ich gehe einfach in den Zigarren-Club, weil dort wichtige Menschen Mitglieder sind. Oder ich bin bei der Gewerkschaft, weil sie ja meine Interessen vertritt. Oder ich bin bei einer politischen Partei, weil sie genau die Ideologie unterstützt, die ich auch glaube, unserem Staat weiterhilft. Und wenn ich schon dabei bin, dann könnte man ja auch entsprechend über die Wohnung, über den Job reden. Die Frau Rohrer, eine Journalistin, hat mir mal erzählt, sie hätte eine Haushaltshilfe gehabt, die drei Parteibücher hatte. Und in Österreich kannst du ja bei einer Partei Mitglied sein, weil ja die andere Partei nicht weiß, wer dieser Partei Mitglied ist. Das heißt, du kannst dreizeitig in drei Parteien Mitglied sein. Und dann hat die Anneliese Rohrer ihre Haushaltshilfe gefragt und gesagt, wieso sind sie in drei Parteien Mitglied? Und sie hat gesagt, drei Kinder. Und nachdem sie für die Kinder Job und Wohnung braucht, ist es immer günstig, weil sie kann ja nicht für alle Kinder in einer Partei gleich sozusagen was bekommen. Aber zumindest für eins. Das ist irgendwie ein Abbild unseres politischen Systems, aber eine gewisse Wahrheit ist schon drin. Es gibt professionelle Netzwerke, in die ich hineingehe, damit ich einen Vorteil habe. Ich muss aber auch bereit sein, in diesem professionellen Netzwerk von mir selber auch etwas einzubringen, weil ja die anderen auch nur deswegen dabei sind, weil sie einen Vorteil sich hier erwarten. Das ist das, was wir eben diese Reziprozität nennen, dieses gegenseitige Nehmen, dieses gegenseitige Geben, dieses Ich gebe dir, du gibst mir, auch wenn es vielleicht Zeit verschoben ist. Also ich glaube schon, dass es hilft, wenn sie sagen, ich mache so eine persönliche Netzwerkkarte und erstelle mir das. Das heißt, wir erfassen einmal unsere, wir haben das so schön genannt, individuellen sozialen Netzwerke, die wir als ein kooperatives System nützen können. Und wie bauen wir jetzt so etwas auf? Wir können jetzt eine Struktur anlegen und sagen, ja, ich stelle mal nur eine Liste zusammen, mit wem bin ich bekannt, mit wem bin ich befreundet, mit wem war ich in der Schule, wer wäre als Teil meiner Familie und eine professionelle Arbeitsbeziehung beziehungsweise eine professionelle Netzwerkbildung, auch vielleicht mit dem Ziel, dass ich sage, ich bin bei dem Verein noch nicht dabei, aber dort gehe ich hin, weil ich hier entsprechende Netzwerkkontakte dann bekomme. Wenn wir jetzt mal diese Personen im sozialen Umfeld gefunden haben, dann können wir, je wichtiger diese Person ist, mit einem Symbol sozusagen bezeichnen und näher zu uns heranbringen. Also hier sind diese Netzwerkkarten, wie das geht, könnten wir Ihnen, oder nicht nur könnten, sondern machen wir auch in der Beilage, wo Sie sich dann überlegen, wo trage ich diese Personen ein, und je dichter das Netzwerk ist, können wir das entsprechend abbilden. Weil wir ja gemeint hätten, dass auch die Kommunikation eine wichtige Frage ist. Und jetzt überlegen Sie sich mal, wer sich in diesen Netzwerken persönlich kennen könnte. Also den Bürgermeister kennen Sie vielleicht flüchtig, aber Ihr Bruder als der Hauptmann der Feuerwehr kennt den Bürgermeister noch näher und Sie den Bürgermeister um etwas bitten wollen, naja, bei Ihnen ist der Bezugspunkt ein bisschen flüchtiger. Aber Ihr Bruder, wenn Sie den einspannen könnten, dann kann der beim Bürgermeister, oder er geht gemeinsam mit dem Bürgermeister jagen, kann er dann beim Herrn Bürgermeister sagen, weißt du, der Michi, der braucht das und das oder was immer. Also sich schon zu überlegen, mit welcher Netzwerkdichte wer kennt wen, und dann zeichnen Sie das auf. Wir haben ein Muster einer solchen Netzwerkkarte auch für Sie in der Unterlage stehen, wo Sie dann direkt ein Netzwerk bilden können und für sich selber herausfinden, mit welcher Schlüsselperson Sie vielleicht in einem bestimmten Fall reden sollten, wen Sie ansprechen können. Ich halte das also nicht für verkehrt, und das kann relativ schnell gemacht werden. Je weniger Freunde und Bekannte Sie haben, desto schneller sind Sie natürlich fertig. Nein. Überlegen Sie wirklich, nehmen Sie sich die Zeit und schauen Sie, wer etwas für Sie tun könnte. Wen können Sie auch um Hilfe bitten. Es ist ja schon auch immer wieder eine schwierige Entscheidung, jemanden um Hilfe zu bitten. Auf der anderen Seite kann das aber auch durchaus Ihre Beziehung verfestigen. Es hat mir meine Tante einmal eine gute Geschichte erzählt über einen Priester, der, wie er gestorben ist, unendlich viele Trauernde um sein Grab versammelt hat. Und sie hat dann ergründen wollen, warum dieser Priester so beliebt war. Und dieser Priester hatte eine Gabe. Er hat Mitglieder seiner Gemeinde um kleine Gefälligkeiten für andere Mitglieder seiner Gemeinde bitten können. Der hat nichts anderes gemacht, als eigentlich diese Netzwerke zu verflechten, zu verdichten. Er hat dann zum Beispiel gefragt, könntest du nicht einmal eine Stunde auf die Kinder von dem aufpassen oder könntest du nicht einmal hier helfen beim Baumschneiden, bei der Waldarbeit oder wo immer. Und das Interessante ist, dass Menschen, die eine kleine, es soll jetzt keine unverschämte Bitte sein, die eine kleine Bitte erfüllen können, sich selber auch ganz gut fühlen. Weil die wenigsten von uns sind ja absolut asoziale Wesen. Wir wollen ja anderen Menschen auch Gutes tun. Wir wollen ja anderen Menschen auch helfen. Und wenn sie jemanden wirklich um etwas bitten, wenn sie vielleicht auch feststellen, dass der oder die auch bereit ist, ihnen zu helfen. Sie müssen natürlich dann auch in der Lage sein, Entsprechendes zu tun. Es sollen jetzt nicht diese ganz großen Bitten sein. Man soll ja auch die anderen nicht überfordern. Das ist etwas, was man im Bereich der Psychologie ja auch kennt, mit dem Fuß in der Türe und anderen Beispielen. Also wenn sie jetzt auf jemanden zugehen und sagen, bist du bereit, jeden Dienstag vier Stunden auf unbegleitete Flüchtlinge aufzupassen, dann sagt ihr, das ist wahnsinnig, kann ich dir die hohen vier Stunden. Aber wenn du sagst, bist du einmal bereit, mit diesen unbegleitenden Flüchtlingen in den Zoo zu gehen, nur eine Stunde und dann hast du quasi den Fuß in der Türe, weil der hat dann vielleicht, oder die sagt eigentlich, das war sehr nett und die waren so dankbar und ich bin vielleicht bereit, auch noch einmal bei einer anderen Veranstaltung was zu machen. Das heißt, auch hier kann man mit kleinen Dingen beginnen, ein interessantes Netzwerk zu flechten. Also, noch einmal zusammenfassend zur Frage soziales Netzwerken. Sie können hier im Skriptum 180 Seiten theoretische Grundlagen nachlesen, aber für mich ist es eigentlich wichtig, und das war die einzige Botschaft, die ich hier versucht habe zu vermitteln, ihnen zu verdeutlichen, dass soziale Netzwerke unser Leben in der Tat bereichern können, dass es vielleicht sogar Sinn macht, ganz gezielt soziale Netzwerke abzubilden, sich der eigenen Beziehungen bewusst zu werden, das vielleicht auch zu strukturieren, also wenn Sie sich erinnern, wir haben diese vier Felder, und dann auch zu überlegen, ob Sie nicht dieses Feld der professionellen Beziehungen ganz im Sinne Ihrer eigenen beruflichen Situation auch pflegen und verbreitern können. Ich meine, ich bin auch auf einem Bauernhof aufgewachsen und ich habe dann immer, wenn die Hühner gegackert haben, gewusst, dass die Hühner ein Ei gelegt haben, weil die haben gegackert und dann hat man gewusst, da gibt es ein Ei. Wir leben natürlich in einer Zeit, in der gegackert wird, ohne dass auch Eier gelegt werden müssen. Aber die Idee, dass man diese elementaren Dinge nutzt, dass man, wenn man einen Erfolg hat, darüber berichtet, dass man anderen die Möglichkeit gibt, den Erfolg, den sie haben, mit einem selber zu teilen, dass man alles tut, um den eigenen beruflichen Erfolg in solchen Netzwerken zu nützen. Weil, wenn Sie die nicht nutzen, wenn Sie nicht andere darauf aufmerksam machen, was Sie beispielsweise beruflich tun, ja, woher sollen Sie die wissen? Also, wenn nicht einmal Ihre Familienangehörigen, Ihre Freunde, Ihre Bekannten wissen, was Sie machen, wie sollen Sie dann für Sie Werbung machen? Das heißt, dieses Beziehungen pflegen, aber auch bewusst einsetzen. Sie müssen nicht bei jeder Beerdigung gleich Ihre Visitenkarten austeilen, aber schon bei der Gelegenheit auch ein bisschen darauf hinweisen, was Sie zum Beispiel im Angebot haben, wenn Sie als neuer Selbstständiger tätig sind oder als Trainer unterwegs sind oder als Berater oder auch Ihre Firma Produkte anbietet, die für andere vielleicht Nutzen stiften. Halten Sie sich hier nicht zurück, immer auch eine Art Kontaktbrille aufzuhaben, um bei Gelegenheit, ohne penetrant zu sein, darauf ein bisschen Rücksicht nehmen zu können. Und wenn Sie das noch in Unterstützung mit einer von Ihnen selber erstellten Netzwerkkarte machen, dann glaube ich, haben Sie schon auch einen Schritt in die Richtung gemacht, erfolgreicher am Wirtschaftsleben teilnehmen zu können. Ich hoffe, dass ich Ihnen ein bisschen verdeutlichen konnte, wo ich den Vorteil sozialer Netzwerke sehe und hoffe, dass Sie vielleicht die Lust bekommen haben, eine solche Netzwerkkarte für sich abzubilden. Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank.